Ich bin Jackie Basteck, eine Fingerstyle-Gitarristin und Singer-Songwriterin aus Eppstein im Taunus, in der Nähe von Frankfurt. Und ja, ich reise durch die Gegend und mache Musik. Ich wollte eigentlich schon immer Gitarristin werden. Ich hatte so den Traum, Rockstar zu werden, wie manche andere Kinder auch. Meine Mutter war davon leider nicht so begeistert und hat mir erst mal eine Geige in die Hand gedrückt. Davon war ich wiederum nicht begeistert. Und ja, als ich dann ein bisschen älter wurde, habe ich mir dann eine Gitarre geschnappt und angefangen zu spielen. Musik The scene creeps all over us You must be my torturer The scene creeps all over us When the first time a side hit me, I ran directly into the acoustic gear and said I need the best sides that you have and I gave myself the cheapest ones and I tried many sets, sometimes hand-made, from abroad but I found out that most acoustic guitarists typically want to sound like an acoustic guitar but that's not what I want to have I then stumbled upon the Ernie Ball side and thought okay, E-Gitarrensaiten I don't know if that really fits my guitar but I just tried it and was then positively surprised I played the Earthwood Phosphorbronze Ernie Ballsaiten and I decided to decide because they are not penetrant and less penetrant and less, less, less than but also much better and much more punch I wanted to decide and thank you so much much for me and thank you Vielen Dank.